Postkarte, 24. Oktober 1928, Berlin, Motzstraße 78, Sachsenhof Liebster, strenger, hochverehrter Herr Direktor, Da bewahre mich der Himmel vor Frau C. K., furchtbar. In Wirklichkeit im Morgenrock ihres Herzens, in der Süßraumbutter ihrer Gesinnung. Aber sie soll nur alles tun, aber ich wohne für mich in Amsterdam oder wo ich hinreisen werde. Ich bin Indianer, sie auch, hoffe ich und mein Eindruck. Ich komme sehr bald, schon Hollandmeere zu sehen. Ihr Yusuf, Dank, Ihnen Dank, liebe Grüße. Postkarte, 30. Oktober 1928, Berlin, Motzstraße 78, Sachsenhof Dearest Herr Dr. Beverson, wie schön alles wird, heute schrieb Mai Kapten Kalf sehr lieben Brief. Aber die Freiheit lasse ich uns nicht nehmen, aber den Wagen, wenn er schnell fährt. Ich komme bald. Und ich bitte Sie, verehrter Herr Dr. Beverson, wo ist Niko Rost? Und die Adresse von Viktor van Friesland? Kann ich nicht bei den spanischen Juden sprechen in Amsterdam? Meinen Scheik etc. Wunderrabiner von Barcelona, Ihr holländischer Rabbiner, Ihr Yusuf, Dank. Vielen Dank.